Downhill von der Wiener Hütte nach Keigsburg. Abzweigung zum Downhill nach Keigsburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der noch wilde Liesingbach Freilauf-Hendelfahn Bergkirche-Rotaun Lehranstalt Santa Cristina An Bahn und Steinbruch vorbei nach Kaltenleutgeben Auf der Kaltenleutgeberbahn, die eigentlich für das Kalkwerk gebaut worden ist, fahren heute nur noch Sonderzüge. Die Überreste des ehemaligen Kalkwerks 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 Die Überreste des ehemaligen Das ehemaligen Kalkwerks Das ehemaligen Uhm Untertitelung des ZDF, 2020 Naturschutzgebiet ehemaliger Steinbruch-Fischerwiesen Doktorbergstraße und Sportplatz Bei der Eiswiese mit Kirche St. Jakob in Kalten-Leut-Greben müssen die Rechte abziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auffahrt zum Sportplatz Kalten-Leut-Greben durch wunderschöne Waldgebiete Sindel zum Roten Kreuz und Doktorberg Die zweite rechts einbiegen in Schertreil Der Trail verläuft oft parallel zur Forststraße Der Trail verläuft Der Trail verläuft Der Trail verläuft Der noch quiciel Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Rote Kreuz. Auf einen Abschnitt durch wunderschöne Wälder müssen wir auf der Forststraße fahren. Vielen Dank. 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 An der Rückseite der Doktorbergsiedlung biegen wir Richtung Wiener Hüttewiese ab. Auf der Wiese immer links halten. Ein schöner Wiesentown Hill zur Hütte. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.